Ja moin, willkommen zurück zu einer kleinen Runde Slay the Spire. Ich hatte Bock und ich dachte, hey, also nehmen wir das mal direkt auf. Und wir haben ja mit dem Eisernen schon gespielt, wir haben schon mit der Stillen gespielt. Und jetzt, warum gehe ich immer wieder zurück? Ich bin so blöd, ich kann das hier unten auswählen. Und jetzt spielen wir mit dem Defekten. Habe ich da schon im Aufstiegsmodus eigentlich mehr erreicht? Ja, da bin ich schon bei Level 4. Wo bin ich eigentlich hier? Ah, Level 3. Ich glaube, hier bin ich noch mit am weitesten. Ne, auch Level 4. Okay, dieser Aufstiegsmodus funktioniert so, also ihr seht es ja da unten. Level 1, Eliten spawnen öfter, Level 2, normale Gegner sind tödlicher, Eliten sind tödlicher und Bosse sind tödlicher. Und das stackt halt alles zusammen. Aber ich denke mal, das war in der Zeit, wo ich das Spiel echt hart gesuchtet habe. Immer wenn man mit einer Klasse, zum Beispiel mit dem Defekten, den Endboss besiegt im Aufstiegsmodus, kann man das nächste Level freischalten. Das heißt, ich habe im Aufstiegsmodus den schon viermal besiegt. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Ähm, besser nicht. So, das Defekte. Ein Kampfautomaton, der das Selbstbewusstsein erlangte, manipuliert Orbs mithilfe vorzeitlicher Technologie. Gut, das ist einer der kompliziertesten Klassen. Also, äh, ja, seht es mir nach, wenn ich scheiße bin. Seid gegrüßt, reden. Okay, erhalte ein zufälliges, seltene Karte, erhalte ein zufälliges, gewöhnliches Relikt. Verliere all dein Gold, maximal TP plus 14 oder verliere dein Startrelikt. Das ist halt das dümmste, was man machen kann mit dem Defekten. Also, dann kriegt man halt keinen Blitz am Anfang. Das ist halt so dumm. Aber ich denke, ein gewöhnliches Relikt könnte unglaublich gut am Anfang sein. Plus 7 TP. Ja, kann man machen. Kann man machen. So, ich suche mal wieder die Route mit den meisten Fragezeichen aus. Und ich glaube, da habe ich auch schon eine im Visier. Die sieht eigentlich ganz gut aus. Und zwar hier unten lang. Hier so rum. Okay, dann müssen wir uns überlegen. Lieber ein Gegner mehr. Darf ich hier zwei Fragezeichen oder nicht? Ich glaube, wir können ruhig zum Shop gehen. 1, 2, 3. Ja, hier so rum. Okay, wir starten mal hier vorne. Gut, wir sehen, wir haben hier drei Orbs. Ich werde das jetzt nicht allzu sehr erklären können. Weil, ne, ich, äh, das ist kein, kein Let's Play für... Okay, ich dachte gerade, irgendwie mein Telefon klingelt. Das ist kein Let's Play für Anfänger. Äh, ihr sollt das Spiel irgendwie, ne, woanders schauen. Okay, und die machen dann zufällig bei irgendwem Schaden, diese Orbs hier. Drei Schaden nach jeder Runde machen die jeweils drei Schaden. Und jetzt hatte ich Glück. Die sind einer auf ihn, einer auf ihn. Genauso hatte ich es geplant. So. Gut. Ähm, ja, kann ich auch noch blocken von mir aus, mir doch Wurst. So, zack. Also ich habe quasi sechs Schaden passiv immer, immer drauf nach jeder Runde. So. Und das Coole mit dem Defekten ist, ich kann jetzt einfach den Zug beenden und ihn leiden sehen. Absoluter Traum. So, natürlich gibt es hier auch komplett wieder neue Karten und geile Synergy. Diese Karte ist für den Anfang ziemlich geil. Weil die ist halt eigentlich immer worth it. Ich glaube, die nehmen wir auch mal, oder? Ach komm, warum nicht? Ich weiß gar nicht mehr, was gut mit dem Defekten ist. Ich habe den schon so ewig nicht mehr gespielt. Oh je. Äh, entlade deinen Orb vor es. Genau, es gibt einmal diese aktive, also dieses, ähm, diese, also die passive, dieses, dass er drei Schaden macht nach der Runde. Und dann gibt es einmal das Entladen. Fügt dem Gegner acht Schaden zu. Dann ist der Orb allerdings weg. Aber damit hole ich den wieder zurück. Ne, 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 meint, damit hole ich ihn nicht. Damit mache ich halt zweimal acht Schaden. Also 16 Schaden würde ich damit machen. Ähm, aber weißt du was, das lassen wir gerade erstmal. Denn wir können ihn sowieso nicht damit töten. Also diese Entladen-Mechanik ist halt schon ziemlich krass. So, können wir einfach mal das hier, das hier, das hier. Ja, dann sollten wir den gleich down kriegen. Jetzt ziehen wir ja sowieso diese Karte. Jawohl, jetzt, ja, ist vorbei, Kollege. Tschüss. Gut. Hologramm, füge 24 Schaden zu und erschaffe drei Plasma. Plasma, ja, puh, wenn wir, dann erhalten wir halt Energie. Ist auch ganz angenehm. Hologramm, erhalte drei Blocken. Nimm eine Karte aus dem Abwuchsstart, so in deine Hand. Ah, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das... Wir nehmen mal die Meteor-Asha, komm. Wir probieren mal einfach ein bisschen rum. Ich bin echt gespannt, ob das hier irgendwie was wird. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, welche Karten hier gut sind. Oh, ich bin so, so eingerostet mit dem. Oh, nimm mal deinen Finger aus dem Bild. Äh, füge 9 Schaden zu, Aligantin, enthalte leere Abwuchsstart, ziehe drei Karten. Löse zu Beginn deines Zuges die passiven Fähigkeiten deines vorderen Orbs aus. Das ist halt ziemlich gut. Ich glaube, das möchte ich. Ja. Die passive Fähigkeit einmal auslösen. Das könnte einfach dann einmal Block sein oder sowas. Oh ja. Oh ja. Ha. Was haben wir hier? Festplatte. Beginne jeden Kampf mit einem Fokus. Oh. Fokus funktioniert wie Stärke. Das heißt, wir machen statt drei Schaden vier Schaden. Ah, super. Wir haben kein Geld. Toll. Obwohl. Ja. Ein Frost ist quasi ein Block. Also, wir kriegen dann einen Block dazu. Ja. Erhalte sechs Block. Der Block, der Karte wird verringert. Ja. Das ist alles nicht so meins, muss ich sagen. Scheiß auf Block. Let's go. So. Ich möchte gerne schmieden. Und zwar. Ja. Das hier. Oder. Boah. Alter, das ist halt schon. Das bufft das halt schon ziemlich. Und das hier ist auch ziemlich gut, dass das keine Energie kostet. Aber ich denke, wir machen die Schleife hoch. So. Den vordersten Orb zweimal entladen ist halt quasi doppelter Schaden, wenn wir ein Schadensorb entladen. Und ich glaube sogar, wir machen mal eine Elite-Gegner. Denn es ist ganz cool, Relikte zu bekommen. So. Wir blocken zweimal, um den zu counten. Und dann fokussieren wir uns auf den, der das wenigste Leben hat. In dem Fall dieser Boy da vorne. Eigentlich müsste ich jetzt auch X-Komm aufnehmen, tatsächlich. Das werde ich hier nachher auch tun. Oh boy. Oh mein. Ach. Ich dachte gerade schon, wir hätten das schon gebufft. Dann hätten wir den, glaube ich, killen können. Ah. Okay. Dann halt nicht. Dann können wir dich eigentlich zweimal entladen, oder? Wir kriegen gleich sowieso einen neuen Blitz. Oh. Fast hätten wir sehr viel Glück gehabt. Tja. Und ich bin auch drauf und dran, Portal aufzunehmen. Ich habe so Bock, Portal aufzunehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich zwei Let's Plays dauerhaft aufrechthalten kann gerade. Deswegen muss ich leider warten, bis X-Komm so ein bisschen vorbei ist. Und das ist etwas... Etwas schade. Ich würde gerne. Ah. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Weil ich möchte auch nicht, weiß nicht, nur ein, zwei, dreimal die Woche. Portal rausbringt. Anwendern konstant. Jeden Tag. Und ich weiß noch gar nicht, ob Portal anguckt. Also wenn du das guckst und dich für Portal interessierst, äh, ne? Schreib es mir doch mal rein. Wenn du das sehen willst. Wenn du sagst, hey, das will ich gar nicht sehen. Spielliga, Bioshock, Infinite oder was weiß ich. Dann, äh, ne? Ist auch alles drin. Ist alles drin. Gar kein Ding. YouTube Money läuft. Ich kann mir jedes Spiel kaufen. Nicht. Ähm. Ja. Ich könnte natürlich den sicher killen. Und dann einfach wiederkriegen. Ja gut. Warum eigentlich nicht? Das ist so das Beste, was ich hätte machen können. Warum überlege ich überhaupt? Gut. Ach, Blitzblock. Wunderbar. Acht, Chan. Also das kann halt ordentlich eskalieren hier. Die Dinger. Und die rotieren auch rum. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch einen Blitz reinpacke, dann noch einen Blitz benutze, dann entlädt sich der erste Orb. Dann rotiert das quasi einmal. Was ziemlich solides. So. Wir haben ordentlich, äh, was kassiert und kriegen hoffentlich ein gutes Relic. Uraltes Tee-Service. Immer wenn du ein Lagerfeuer, immer wenn du an ein Lagerfeuer kommst, äh, beginn den nächsten Kampf mit zwei Fokus. Fokus ist das Fokus? Ja, das ist Fokus. Okay. Cool. So, was haben wir? Füge allen Gegnern 10 Schaden zu. Erschaffe 1 Schatten. Schatten. Orb, äh, erhöht einen Schaden pro Zug. Beim Entladen fügt er dem Gegner mit dem, äh, ja, das ist ganz gut. Gut, er hatte einen Block, erhöht den Block um, äh, zwei. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Das versuchen wir jetzt mal, dass wir diese Karte hier komplett aufstocken. Wir werden die immer benutzen. Ähm, ja gut, die können sie erstmal komplett verabschieden hier vorne. Gut, ausgezeichnet. Reicht, das war eine 7. Das sind 18. Hiermit mache ich dann, ja, 8 Schaden. Das reicht. Ausgezeichnet. Wenn das jetzt nicht reicht, dann gucke ich ganz schön blöd aus der Wäsche. Es reicht nicht. Äh. Ach so, am Anfang, ach, am Anfang des, ach Gott, ich bin so blöd. Am Anfang des Zuges sind later das, okay. Gut, das war blöd. Heil am Ende des Kampfes, sieben. Ja, das ist, erhalte zwei, oh, zwei Orbslots sind auch so gut. Aber wir haben noch nicht so eine richtige Synergie, um viele Orbs zu bekommen. Das heißt, ich mache jetzt mal die Selbstteilung, denn unser HP ist ganz schön am Arsch. So, was haben wir hier? Verbessere beim Aufheben zwei zufällige Fertigkeiten. Bitte was Gutes. Ja, die Doppelentladung ist ganz gut. Der Block ist halt so, ist halt da, ne? Kann man machen. Gut, ich denke, wir gehen hier vorne lang. Wir brauchen die beiden Lagerfeuer. Einmal zum Ausruhen. Und dann einmal zum Upgraden, hoffentlich. Oh, hindurchgehen. Verbessere zwei zufällige Karten, verliere 16 TP. Ich glaube, das machen wir. Denn wir haben ja gleich sowieso ein Lagerfeuer. Ah, natürlich zwei Random-Karten, diese Standard-Kack-Karten. Mist. Okay, das hier müssen wir sowieso spielen. Wir haben jetzt fünf Energie. So, du bist erstmal direkt tot. Hiermit kann ich blocken. Das kann ich machen. Das kann ich machen. Und dann bist du tot. Wunderbar. Habe ich ganz schnell nachgerechnet. Hat auf jeden Fall funktioniert. Oh, diese Decks liebe ich ja. Es gibt viele Karten, also nicht allzu viele, aber einige Karten, die halt null Energie kosten und zusammen synergieren. Du kannst quasi ein Deck nur mit Nuller-Karten machen und die eskalieren komplett. Es gibt eine Karte, die kostet null. Und immer, wenn du die spielst, erhöht die ihren Schaden um zwei oder sowas. Alter, kann die eskalieren. Die ist halt so nice. Okay. Füge 15 Schaden zu. Immer, wenn du diese Karte spielst, senkt ihre Kosten um eins im Kampf. Das kann auch ziemlich gut sein. Füge 3 Schaden zu. Wenn wir einen schwach an. Das ist, ah, aber es ist eigentlich zu spät für diese Nuller-Karten. Aber mein Deck ist halt so teuer momentan. Will ich auf diese Nuller, dachte ich, es ist eigentlich zu spät. Pass auf, ich nehme mal Stormline. Das kann ja auch noch eine Nuller-Karte werden. Und hier ruhen wir uns nochmal aus. Und dann haben wir noch einen Gegner. Und dann können wir schauen, wie viel HP wir hier verlieren. Und dann geht es nochmal ab. 24 Schaden. Das reicht never ever. Dann gehen wir mal auf den Boy da hinten. Blocken ein bisschen. Und gehen nochmal auf den da hinten. Okay, ja. Ist in Ordnung. Kriegen wir 5 HP Schaden. Ist okay. So, du bist erstmal rip. Dann das, 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 das. Truff. Oh, okay. Hat nicht ganz gereicht. Aber fast. Ja, zwei Schaden. Haben jetzt sieben Schaden insgesamt bekommen. Oh. Okay, ich glaube, ich glaube, ich habe dich. Das hier muss ich auf jeden Fall noch spielen. Okay, ich habe dich nicht. Ich habe mich, ich habe mich verrechnet. Als würde ich jemals hier nachrechnen. Wie gesagt, das ist so meine Spielweise. Ich spiele dann einfach. Und dann schaue ich, wie es läuft. Außer wenn es echt krass wird später. Dann muss ich manchmal etwas länger überlegen. Aber zur Zeit geht das hier noch. Ja, ein Schlag oder ein Blitz. Ich glaube, wir können sogar hier einen Schlag machen. Weil, ne. Ein HP. Verdammt. Das wird nichts, nichts ändern. So. Was haben wir hier? Oh, ausschlagen. Guck mal. Füge sieben. Das ist halt schon wieder diese Null-Synergie-Karte. Wirf jede so gezogene Karte ab. Die nicht Null-Karte. Ah, das ist halt auch. Ja. Aber wir nehmen nochmal ein bisschen Healen. Finde ich ganz gut. Und ich habe ein bisschen Angst. Warte, welcher Boss ist das? Das kann man tatsächlich auf der Karte sehen. Okay, der kann ordentlich Schaden machen. Und wir haben wenig Block. Das heißt, ich würde lieber mich heilen einmal. Weil der eskaliert hat komplett in der ersten Runde schon. Ja, in der zweiten. Ja, wir halten fünf Block. Zack. Und nächstes Mal erhalten wir sieben Block. Ja, die beiden bringen uns halt gar nichts. Aber wir können gerade sowieso... Also wir können ja sowieso alles spielen. Also ist das gut, dass die jetzt gerade kommen. So. Weil wir heilen sowieso voll nach diesem Kampf. Also ist es Wurst. Ja, fünf Plasma erbringen uns halt gerade gar nichts. Du weißt gar nicht, warum ich die Karte momentan genommen habe. Äh, zack dich. Blitz. Und dann war es das. Jetzt kassieren wir halt ordentliche Sorte. Wir hätten vielleicht verwundbar anwenden können oder so. Ach, egal. Egal, wir gehen. Wir gehen weiter all in auf den Boy. All in, all in, all in. Ja, Energie. Das können wir vielleicht machen, wenn wir wieder die Fünferkarte haben. Geschicklichkeit. Wenn wir viel Block brauchen. Aber momentan... Momentan geht's ja. So. Das kostet drei. Hm. Schleife würde ich gerne machen. Das würde ich gerne machen. Und das würde ich gerne machen. Okay. Die ist es halt einfach nicht wert bei Possen. Das zu benutzen. Das sind drei, drei Energie einfach weg. Einfach weg. So. Ja, ich... Wir hauen einfach weiter drauf. Zack dich. Nächstes Mal, wenn wir viele Angriffskarten haben, sollten wir vielleicht das schwach benutzen. Ich glaube, wir sollten die Potion benutzen, bevor die Potion uns benutzen. Ähm. Was auch immer das heißt. Ja, das ist auch nicht allzu viele. Komm. Bats, 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 bats. Ich blocke hier mal, denn das macht uns ja Schaden. Und geht direkt den Block. Okay, so. Wir haben schon über die Hälfte, aber jetzt knallt der nochmal ordentlich rein. Das ist auch nicht allzu viel Schaden. Aber pass auf. Ich mach jetzt mal hier, ähm, schwach. Und dann... X gonna give it to you. Bats, bats, bats. Ja, Energie bringt uns hier nix. Oh je. Das könnte eng werden. Das könnte eng werden. Ja, das blockt acht, ne? Ja, gut, dann ist easy. Wunderbar. So, du bist nächste Runde noch einmal verwundbar. Das heißt, hier müssen wir jetzt ordentlich reinknallen. Viel Schaden macht er. 36. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Easy. Huh. Gar nicht knapp. Überhaupt gar nicht knapp. Gar kein Problem. So. Huh. Verhindere den TP-Verlust. Äh, verhindere den nächsten TP-Verlust. Das ist auch ziemlich gut. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Ah, erhalte vier Fokus. Verliere zu Beginn deines Zuges ein Fokus. Ja, das ist halt nur für echt, echt schnelle Decks. Die können am Anfang mega reinbörsen und dann ist RIP. So, füge allen Gegnern 26 Schaden zu. Verliere drei Fokus. Ja, das ist halt auch richtig krass. Aber ich glaube, die kann ich halt alle nicht nehmen. Die kann ich halt alle nicht nehmen. Ah. Wir nehmen mal den Puffer. Vielleicht kann er uns ja mal den Arsch retten irgendwann. So. Erschaffe zu Beginn jedes Kampfes ein Plasma. Plasma ist ganz cool. So, erhalte in deinem Zug Fokus. Du kannst an Lagerfeuern nicht mehr schmieden. Ah, Tränke werden nach jedem Kampf hinterlassen. Ich glaube, wir nehmen mal diese Nuklear-Batterie. Ich bin gespannt. So, die Stadt. Zweiter Akt. So, jetzt würde ich gerne möglichst viele Fragezeichen. Möglich wie ein Elite-Gegner. Da bietet sich dieser Weg hier an. Da ist ein Elite-Gegner. Dann sind zwei Fragezeichen. Ne, das könnte uns killen. Elite-Gegner, zwei Fragezeichen. Kiste, nochmal zwei Gegner. Das könnte uns töten. Hier nehmen wir halt einige normale Gegner in Kauf. Haben dann einmal Lagerfeuer. Gegner, Lagerfeuer. Wenn wir das überleben, wäre schon nice. Oder hier haben wir zwei Shops. Ich glaube, diesen Weg hier nehmen wir. Weil Shops sind ordentlich. Wenn man ordentlich Geld hat. Natürlich kommen jetzt die Boys hier wieder. Ah. Ja, weißt du was? Wir können hier eigentlich alles spielen. Und dann, batz, batz. So, ist der immerhin schon fast tot. So, wir halten durch dieses Ding, halten wir halt immer mal ein bisschen, ein bisschen Fokus. Kann man mal machen. So, Selbstreparatur. Und batz. Und batz. Und dann bist du schon mal tot. Her damit. Tja, du hast mein Gold bekommen, aber mir keinen Schaden gemacht. 24. Halt, du blockst jetzt schon. Oh boy. Da muss ich jetzt hier halt echt dich irgendwie töten nächste Runde. Oh je. Du blockst nämlich mega viel, ne? Ah, er verschwindet mit meinem Geld. Er verschwindet nicht mit meinem Geld. Es reicht ganz knapp nicht. Es reicht, es reicht. Es reicht, wir haben ja sechs Energie. Ha, easy. Huh. Gar kein Problem. Ah, da sind schon wieder diese Nullerkarten. Hm, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Ich glaube, ich nehme mal in die Augen. Komm, komm. Wir leben den Nullerkartentraum. Aber dazu müssen wir halt irgendwie alle anderen mal wegwerfen. So. Boah, Schwach, das bringt uns gerade nichts. Aber, ne? Können wir mal ein bisschen in den Block reinballern. Können wir uns noch danach healen. Und dann ballern wir noch die rein und die. Ich glaube, das ist gerade am allerbesten. Was kriegen wir hier? Ach, Geschicklichkeit. Okay. Ja, das können wir einfach wegblocken. Gar kein Problem. Können wir noch mal zweimal was im Block reinhauen. Ich glaube, die kriegen wir ganz gut weg. Ich glaube, echt. Oh, 20 Schaden. Das ist natürlich. Ah, ha, ha. Easy. Zack, zack, zack. Selbstheilung. Und dann sind wir nächste Runde auf jeden Fall wieder voll. Oh ja, wir blocken nur einmal. Wenn er mehrmals angreift mit dem Schaden, den blocken wir nur den ersten Angriff. Okay. Ist fair. Aber bist trotzdem tot. Da blocke ich gar nicht mehr. So BM bin ich einfach. Oh, wir können halt auch mehr Nullerkarten nehmen. Ich bin aber so verleitet dazu. Einfach, weil es so Spaß macht. Fun fact, ich habe auch die meisten Gegner mit dieser Nullerkarten-Kombo einfach komplett auseinandergenommen. Bei diesem Aufstiegsmodus. Ah, daran erinnere ich mich noch. Ja. Ja, das war nicht die richtige Entscheidung bei dieser Kartenwahl, glaube ich. Aber war, hat Spaß gemacht. So. Das ist die erste Karte, die wir sehen, wo wir endlich mal einen Blitz erschaffen können. Meine Güte. Kampfkartenbelohnung enthalten jetzt auch farblose und andersfarbige Karten. Oh. Ja, das ist auch gut. Wähle beim Aufheben eine Fähigkeitskarte. Diese Karte hat so ein Nullerkampf auf der Hand. Ja, ist auch gut. Ich denke, wir werden erstmal eine Karte wegwerfen. Welche können wir denn nicht gebrauchen? Denn die Meteor benutzen wir halt so selten. Ist eigentlich eine tote, tote Karte. Aber wenn wir die einmal gespielt haben, ist es komplett vorbei. Ah. Wir werfen erstmal hier so einen ganz normalen Schlag weg. Tschüss. So. 75 Gold well spent. Und dann können wir einen Blitz erschaffen. Oder nicht? Könnten wir eigentlich mal machen. Aber Block ist auch gut. Und Fokus ist auch gut. So. Ein bisschen was eingekauft. So. Finde ich gut. Finde ich gut. Schade, dass wir keine Nullerkarten da gefunden haben. Ah, naja. Oh, ein bisschen Fokus. Bringt uns hier aber leider überhaupt gar nichts. Sneko-Ei wird uns jetzt komplett auseinander nehmen. Denn Sneko... Ah. Äh. Randomisiert hier quasi alle Kartenkosten. Was in diesem Fall ziemlich gut war. Danke dafür. Heh. Zack. Und dann... Zack. Und Block. Oh. Wunderbar. So, jetzt kriegen wir halt komplett... Also. Wir haben halt sechs Energie jetzt. Holy shit. Zack dich. Und... Heilen brauchen wir uns glaube ich nicht danach. Denn... Wir sind sowieso voll. Wir überleben die Schlacht. Es gibt auch ein Relic, was die Kartenkosten immer randomisiert. Das ist so witzig. Ähm. Wie viel kriegen wir damit? Zwei. Zwei. Wir halten damit quasi Energie dazu. Was ziemlich solid ist. Dann können wir alles spielen. So gut wie. Und damit bist du nicht ganz tot. Aber wir kriegen auch keinen Schaden. Wunderbar. Die nächste Runde bist du aber tot. Und... Und... Ich liebe es. DKI zu BM. Es fühlt sich gut an. Hm. Hm. Nee. Hm. Nee. 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 Lassen wir. So. 106 Gold. Ah. Da ist wieder eine Nullerkarte. Erhalte zwei Orbslots. Ist halt auch ziemlich gut. Und das hier ist auch so gut. Das sollte man eigentlich immer nehmen. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Entlade dein Feuer. Das ist ein Orb. Erschaffe den Orb, der gerade entladen wurde. Das rotiert dann so ein bisschen rum. So. Wir nehmen das hier. Und... Wir nehmen das hier. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Unser Deck ist halt so voll. Es ist so voll. Wir nehmen hier den Elite-Gegner. Denn danach können wir uns direkt heilen. Und wir hoffen, dass der Elite-Gegner... Oh boy. Der ist Stabby-Step-Step. Buch des Stechens. Ja. Der macht genau das, was der Name sagt. Er sticht. Und das nicht zu knapp. Puh. Aber erstmal in die Augen. In die Augen. Und dann können wir uns noch heilen. Dann können wir noch eine Doppelentladung machen. Und dann guckt er ganz schön blöd aus der Wäsche. So. Wir heilen jetzt einfach mal 7 nach diesem Kampf. Und wenn wir die nächste Katte noch kriegen, heilen wir sogar 14. So. Wir haben ja auch noch eine Block-Trank. Das ist auch ziemlich gut. Den Puffer können wir jetzt benutzen. Aber ich glaube, ich möchte lieber das hier... Also auch wir benutzen mal den Puffer. Warum nicht? Äh. Blocken wir immerhin 4 Schaden. Die ist ja jetzt nicht weg, die Karte. Oder? Warte mal, ist die weg? Da kann man die... Ist das eine Power-Karte oder... Oh, tatsächlich. Wupsi-Dupsi. Alter, ein Fokus. Sehr, 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 sehr angenehm. Erschaffe einen Blitz und mach 7 Schaden. Effektiv werden das dann jetzt 14 oder 15 Schaden sogar bei uns. Ähm. Ich kann nicht rechnen. 12 Schaden wäre das. Ähm. Ist es das wert? Nein. Nein. Wir müssen ein bisschen gegen den blocken. Sonst wären wir hier nicht mehr froh. Puh. 24 ist auch gut. Erhalte zwei Ops-Slots ist auch gut. Erschaffe einen Blitz ist auch gut. Verteidigen ist aber noch deutlich besser. Aber ich meine, wir können das ja alles machen hier. So. Oh je. Wir müssen den gleich irgendwann töten. Wir haben so gar keine Kill-Power. Guckt euch mal den Typen an. Ich meine, wir können das eigentlich alles einfach spielen. So. Oh je. Oh je. Aber ihr seht, wie das hier eskalieren kann, ne? Also es geht echt ordentlich ab, wenn man hier eine Synergy zusammenbaut. Guck mal, wie viel Energie wir bekommen. Es ist so dumm. Aber wir sind auch so tot. Wir haben nicht genug Schaden gegen den Boy. Never mind. Never mind. Never mind. Ähm, ja, okay. Ne, du bist tot. Komm, tschüss. Puh, wir haben überlebt. Und healen. Oh, wenn du dich auslust, kannst du eine Karte für dein Deck wählen. Oh, oh. Oh, alter Drang. Was macht er? Ah, ein Artefakt. Okay. Oh, Krallen. Das ist die Karte. Füge fünf Schaden zu. Alle Krallen fügen in diesem Kampf zwei mehr Schaden zu. Ich hatte mal ein Deck, wo ich irgendwo ein Event hatte, wo ich alle meine normalen Karten loswerden konnte. Und dann bestand mein Deck quasi nur noch aus Krallen. Und ich hatte irgendeine Karte, die die ganze Zeit weitere Karten zieht. Ich konnte Gegner in einer Runde töten. Immer. Jedes Mal. Es war komplett dumm. Komplett dumm. So. Äh, erschaffe ein Frost pro Gegner. Das kann ziemlich gut sein. Wir brauchen ein bisschen Block. Und ich glaube, es ist ein bisschen zu spät für diese Krallen. Aber neun Block ist auch gut. Wir brauchen ein paar normale Blockkarten, habe ich so das Gefühl. So, wir ruhen uns mal aus und können uns ja jetzt dementsprechend noch eine Karte aussuchen. Erhalte zwei Orbster. Füge sieben Schaden zu. Ja. Ja. Also zwei Obstots sind schon ziemlich nice. Aber ich möchte, möchte Blitze haben. So. Eine lange Reihe. Ach, da kriegen wir jetzt diesen Dagger. Aber ich glaube, dafür ist es jetzt deutlich zu spät. Wir verlassen das Ganze mal. Und nehmen uns ein bisschen Money mit. Ah. Zählen wir zwei zusätzliche Karten. Das ist wunderbar. Das ist astrein. Ähm. Heilen oder schmieden? Ich würde gerne irgendwas schmieden. Irgendwas. Was ist denn jetzt sehr, sehr gut zu schmieden? Ja. Diese Nullerkarten lieber nicht. Der Puffer kostet dann... Ach nee, nee. Zwei in den nächsten Runden. Ist auch gut. Erhalte zwei Fokus. Ist natürlich auch komplett am Eskalieren. Ja. Heil 10. Das ist halt auch so passiv. Wir haben nicht wirklich eine riesengute Karte zum Verbessern hier. Aber das Blitz Null kostet das natürlich auch ziemlich angenehm. Um drei erhöhen. Ja. Also wir kriegen jetzt schon 15 Block dadurch. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt nochmal unbedingt erhöhen müssen. Ich denke, wir müssen tatsächlich etwas passiver arbeiten und das hier machen. So. Verhindert die zwei nächsten TP-Verluste. Ist schon ganz in Ordnung. So. Und dann gehen wir noch ein paar Fragezeichen lang. Oh. Ja. Das können wir lesen. Aber dann verlieren wir HP. Ja. 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 Und jetzt können wir das Buch erhalten. Und ich denke, das machen wir einfach. Zack. Wat? Nierus Codex. Am Ende jedes Zuges kannst du eine von drei zufälligen Karten wählen und in deinen Nachziehstapel mischen. Okay. Cool. Das hilft ein bisschen der Rotation. Finde ich jetzt aber nicht allzu gut. Und ich denke mal, wir kämpfen gegen die Boys. Wir müssen so oder so gegen die kämpfen. Ich glaube, so funktioniert das Event. Ach. 24. Das reicht leider nicht ganz. Obwohl. Nein. Moment. Dann. Alles einmal russ. Und gönnt euch. In den Nachziehstapel. Ja. Das ist natürlich dann. Warte. In den Nachziehstapel. Was ist denn? Das hier ist doch mein Nachziehstapel. Das heißt. Oh. Das sind Random Karten. Ach. Lol. Ich dachte eine von meinen Karten. Das heißt, ich kann mein Deck quasi immer erweitern. Oh. Oh. Übrigens. FTL. Faster Than Light. Habe ich auch in meiner Bibliothek. Würde ich auch ganz gerne mal spielen. Falls ihr das kennt. Äh. Ja. Also eigentlich. Ja. Von mir aus so. Cool. Okay. Das macht unser Deck jetzt noch voller, als es schon war. Aber naja. Wat will man tun? So. Zack. Und dann töten wir erstmal einen. Oder auch nicht. Eilen uns ein bisschen. Ja. Jetzt kriegen wir ein bisschen Schaden. Och. Erschaffe einen Blitz. Einen Frost. Einen Schatten. Hm. Auch ziemlich cool. Welle eine. Ach komm. Diese Kampfschule haben wir sowieso gewonnen. Mann. Hättest du nicht ihn töten können? Oh. Das tut weh. Das tut weh. Aber ihr seid jetzt sowas von tot. Alter. Zwei Fokusverlierer. Einen Orbslot. Ja. Wie wäre es mit zwei Orbslots dazubekommen? Und dann. Ich denke, dass wir ihn töten können. Ich hoffe auf Aron Jesus. Das wird schon. Wird schon schief gehen. Weißer was. Ich hoffe nicht auf Aron Jesus. Scheiß drauf. So. Erhält ihr zwei Fokus. Das ist in Ordnung. Dann verlieren wir sowieso den Orbslot. Und dann könntest du tot sein. Nächste Runde. Ja. Okay. Gut. Das war. Das tat ziemlich weh. Muss ich sagen. Das tat ziemlich, ziemlich weh. Tschüss. Behalten wir die Karten jetzt eigentlich? Oder sind die nächste Runde weg? Weil ich habe mich jetzt echt random für irgendwas entschieden. Ähm. Das wäre ziemlich interessant. Wenn du null Block hast, erhalte elf Block. Oh. Oh. Gerne. Ja. Wir behalten die Karten. Oh. Oh. Das heißt, wir sollten uns öfter dafür entscheiden, keine davon zu nehmen. Oh. Kacke. Oh. Wups. Das war ein bisschen, ein bisschen blöd. Ganz dezent auch nur. Hm. In jedem Zug wird die erste gespielte Karte zweimal gespielt. Oh. Oh. Puh. Oh ja. Wir haben viele, viele Machtkarten. Die sollte ich lieber nehmen. Weil wir brauchen echt ein bisschen Block. Wir haben genug Schaden, so auf Dauer. Wir brauchen einfach mehr Block. Oh je. Das wird wehtun. Hm. Nein. Autsch. Oh boy. Ja. Bitte ein bisschen Block von mir aus. Meteor-Schack wäre auch ganz gut gewesen. Dann hätten wir ihn, glaube ich, töten können. Ach. Ich bin so blöd. Naja. Nicht so wild. Ey. Wir kriegen die nächste Runde. Gar kein Ding. Immer wenn du eine Machtkarte spielst, zieh eine Karte. Wir haben viele Machtkarten. Ja, also hier gibt es auch sehr, sehr viele Decks, die einfach auf Machtkarten synergieren. Oh, das hätten wir andersrum spielen sollen. Ich bin blöd. Ah, hier machen wir acht Schaden. Das sind sechs. Das reicht leider nicht ganz. Damit machen wir nochmal vier. Vier, acht. Das reicht. Okay. Nein, er kriegt ja Block. Oh, kacke. Ich habe vergessen, dass er Block kriegt. Oh, oh. Autsch. Fuck, er kriegt ja Block, wenn ich ihn angreife. Oh, Mann, Mann, Mann. Oh, je. Tch. Selbst Reparatur. Ja, das ist von mir aus. Was weiß ich. Ich klump mein Deck so voll. Äh. Halt einmal. Ne, danke. Das möchte ich gerade nicht, denn ich habe einfach viel zu viele Karten. So, ich muss mich ausruhen. Ich muss mich einfach heilen. Ich kann mein Deck so zuklumpen mit Karten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier nehmen soll. Das wird zu viel. So. Keine einzige Machtkarte am Anfang. Ich fresse ein Besen. Verdammt. Ja, dann kann ich euch beide schon mal spielen. Schon mal einen Blitz erhalten. Das spielen und ein bisschen mehr Schaden drauf machen. Super, toll. Danke. Ich mache mal ein Artefakt schon mal. Und dann lassen wir das. So. Moin ihr beiden. Ja, klaut euch gerne Karten von mir. Gar kein Problem. Ich, äh. Wenn du null Block hast, halte elf. Ja, danke. Das können wir auch auf jeden Fall spielen. Obwohl, hätten wir vielleicht aufheben sollen, weil den Block brauchen wir gerade nicht. Hm. Die brauchen wir gerade auch nicht, die Machtkarte. Das heißt, wir machen. Wir fokussieren uns auf den Boy, denke ich mal. Fürs Erste. Fürs Erste. Hallo Welt. Er hat zu Beginn dann zufällige, gewöhnliche Karte auf der Hand. Ja. Er hat vier Fokus zu Beginn. Ja. Angriff. Füge zehn Schaden zu. Nimm alle Karten mit Kosten null vom Abwuchsstapel in der Hand. Das ist halt der Enabler für das Null-Karten-Deck. Das ist halt so geil. Aber brauchen wir in diesem Deck, glaube ich, erstmal nicht, weil wir nicht ganz so viele haben. Ja, du hast diese fünf Karten, Dingsbumskarte. Du hast meinen Machtdings. Das ist relativ ätzend, aber ist noch in Ordnung. So. Zwei Opsclots dazu. Dann ein bisschen Energie bekommen. Und dann Block, Block. Und wir ballern einfach mal. Fokussieren wir uns echt weiter auf ihn. Ich habe ein bisschen Angst. Aber ich hoffe mal, wir haben genug Schaden. Ja. Ne. Die lassen wir erstmal alle weg, die Karten. Und die Decke ist so dick. Wir müssen jetzt echt nur die richtig, richtig geilen Karten nehmen. Schwach machen. Du hast so viel Block. Ich weiß gar nicht, ob ich da durchkomme, diese Runde. Vielleicht sollte ich auch einfach, einfach blocken, diese Runde. Und mir bleibt noch nichts anderes übrig. Das hätte ich vielleicht erst spielen sollen. Oh, oh. Oh, oh. Meteor, da nehmen wir uns einen neuen. Huh. Ich meine, wir kriegen so viel Energie zwischendurch. Autsch. Oh je. Okay. Äh, erhalte einen Fokus. Selbstreparatur. Wir kriegen acht Schaden diese Runde. Das können wir auch nicht verhindern. Ja, das Heilen bringt uns gerade sowieso nichts. Das ist nur für die zukünftigen Machtkarten. Immer wenn du eine Macht spielst, erschaffe einen Blitz. Oh, boy. Diese Machtkartenkombi könnte halt richtig eskalieren, wenn wir diesen Kampf überleben. Ich glaube aber nicht, dass wir das überleben. Wir bräuchten jetzt diese eine Karte. Oh, boy. Diese eine Karte, die, ähm, die, die Schaden blockt. Oh, oh. Ja, das hat gut funktioniert. Scheiße, er hat da ein Artefakt. Äh. Tja. Das können wir nicht überleben. Das können wir überhaupt nicht überleben. Es tut mir leid. Ich nehme jetzt noch irgendeine Karte. Oh, je. Tschüss, Welt. Ja, das habe ich nicht gut gespielt, das Ganze. Muss ich sagen. Habe ich nicht gut gespielt, aber... Ah, ist das mein wahres Potenzial? Nee. Nee, das geht besser. Das geht deutlich besser. Und weil es besser geht, werde ich jetzt direkt noch eine Runde aufnehmen. Und die dann vielleicht morgen raushauen. Okay. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl ich so am Ferien war. Ich werde mich in der nächsten Runde etwas mehr darauf fokussieren, welche Karten wir nehmen. Aber, tja. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschü- Tschü-Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü